Man, ich dachte, ich bin hier jetzt nicht so der... Der kommt, 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 der kommt. Ah, ich werde ihn töten, ich werde ihn nicht töten, weil ich zu schlecht bin, ich werde zu schlecht im Video. Ja, ha, ha. So, und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Trouble in Mine World. Und ich bin natürlich noch in F5 drin und bekomme deswegen keine Kiste oder doch? Oh, ein Wooden Sword, immerhin. Ja, damit herzlich willkommen zu Trouble in Mine World. Und diesmal alleine, aber mit Kummer, hallo, 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 hallo. Und wir sind auf der besten Map in Mine World. In der Original-Map, nicht auf irgendwo eine Schiff, obwohl die Schiff-Map, die ist auch cool, aber nicht diese Kathedrale. Mag ich gar nicht, mag ich gar nicht. So, das ist blöd, dass da vorne zwei sind, denn ich muss jetzt hier laufen, um mir noch irgendwie möglichst Kisten zu holen. Oh, eine stoziopathische Runde wird da stehen im Chat. Oh, ja, 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 das stimmt wohl. Das wird eine stoziopathische Runde. Ah, er läuft da schon hin, er war hier schon. Ob wir noch mehr Kisten finden, ich weiß es nicht, denn ich bin extra hier alleine, extra niemanden dabei. Das war ja alles schön mit umgespielt und so, das wird auch mit Sicherheit wiederholt werden, keine Kiste. Aber ich muss mich jetzt hier einmal auf mich selbst konzentrieren können, ja. Einfach mal eine ordentliche Runde abliefern. Und ich wette, na, was werde ich sein? Innocent natürlich. Ich bin innocent. So, Kuchen essen bringt mir. Oh, ich habe sogar einen Bogen. Ich brauche Pfeile, Leute. Ich bin innocent. Und er wird auch innocent sein. Test. Ich werde testen, mein Freund. Ich werde testen. Ich bin Simon Desu auch so oder so. Hier, da. Simon Desu oben links. Puh. Ne? Wer sonst? Ich dachte einfach, ja, mein Lieblings-Youtuber kann ich mir einfach mal so nennen. Aber es hat auch nie mal in den Chat geschrieben, Simon Desu, alle New Yorker, Däne, aber nichts von Simon Desu. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Das da hinten ist ja wohl der Tester, ja. Da laufe ich jetzt erstmal hin. Und dann hoffe ich mal, Leute, dass ich mir vielleicht ein Steinschwert irgendwie so abgeben könnte. Das würde ich brauchen. Oder ein paar Pfeile. Okay. Ich werde testen. Okay. Jetzt teste ich. Aha. Ich wollte testen. Test, 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 test. Anyone is what for me. Das wäre nämlich super, wenn ich hier nochmal ein Schwert bekommen würde oder halt Pfeile. So. Den natürlich a.k.a. Simon Desu test. Ja, ich bin ja schon am testen. Habe ich jetzt genug getestet? Na? 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 Ne, ich glaube nicht, jemand mit testet jemand anders. Na? Jetzt teste ich. Au. Okay. So, jetzt bin ich alleine drin. Jetzt werde ich testen. A sword, please. Bitte, 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 bitte. Ich möchte nur ein Schwert. Ich bin lieb. Und jetzt ein Schwert, bitte. Hallo, Leute. Ja. Könnt ihr mir ein Schwert geben? Ryan is traitor. Can I have a sword? Oder, oder, oder Pfeile vielleicht. Pfeile, ja? Or arrows. Bitte, bitte. Ich bin Simon Desu, Mann. Simon Desu, könnt ihr das doch geben. Thank you. Very much. Danke, danke, danke. Wundervoll. So, jetzt kann ich hier auch mitverteidigen. Die Inno sind. Wir sind schon zwei tot. Oh, oh, oh. Schlägt der? Die sehen so aus, als ob sie so böse wären. Hä? Bin lieb. Oh. Danke sehr. Thank you. Wow. Wieso schlagt ihr mich? Wie? Jetzt ist er, was, 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 was war er denn für einer? Wer ist er denn gewesen? Na? Der Body of Sergei Makarov. Aber der war innocent. Wieso haben sie ihn getötet? Weil er mich angegriffen hat? Oh, Test or Die. Ich war schon testen. Meine Güte. Geh ich halt nochmal testen hier. Worte helfen. Ich will jetzt schreiben in Test. Ich will jetzt in J. Hey. Ganz ruhig. Ich will jetzt schreiben, I already tested. Ich will nämlich einfach nur, einfach, einfach trotzdem killen. So, lass mich da rein. So. Wie viel Karma? 110 hab ich. 110. Weil ich die Falle schon immer töte. So. Jetzt, ich war ja wohl, oder? Ich hab ordentlich getestet. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Vielleicht besser. Ja, eben. Zeig mir das, you are, Inno. Is, Inno, wenn dann, ja? Oder ich bin, ja, Späte. Den hat Dirkis, Inno. Der sowieso. Ja, das ist überhaupt der Liebste von allen. Das weiß man ja wohl. Ja, beschützt mich. Wer hat das gesagt? Freakbeats. Ja, wo ist ein Freakbeats? Ja, beschützt mich. Komm, wir gehen hier auf, wir gehen auf, auf die Jagd. Wir gehen, äh, auf die Jagd. Nach Traitors. Was, wo sind die denn? Eigentlich müssen ja die Leute, die weit weg vom, vom Tester sind, sich irgendwo verstecken. Die müssen ja wohl Traitor sein. Ja, ich will einen Iron Spot. Gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir, gib's mir. Ja, bitte, 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 bitte. I will, I want to have an Iron Spot. Bitte, 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 bitte. Ja, ähm, da. Da hast du's. Und jetzt Iron Spot. Bitte. Ja. Nein, weh ich halt. Ah. Danke. Herz, Herz, Herz. Wow. Shit. Fick, fick. Creeper. Wo kommt ihr her? Wer hat die geschossen? Wer hat die geschossen? Wow. Der hier. Hä? Wer ist denn jetzt der Böse hier? Hä? Wer ist der Böse? Ich weiß nicht, wer der Böse ist. Wow. Shit, ich weiß, wer der Böse ist. Der hier. Oder? Der ist voll schwer zu wissen, wer jetzt der Böse ist. Na? Rhysplay was a traitor. Der Faribur ist tot. Okay. Exotube Test. Ja, der ist ja wohl Böse, Mann. Da. Na? Na? Exotube. Kriegst du ein... Na, du läufst zum Tester. Okay. Wenn er zum Tester läuft, Leute, dann schlagt die nicht tot. Noch müsst ihr nicht schlagen. Noch nicht schlagen. Wow. Hinter uns geht... Ah. Fuck. Aber wir haben gewonnen. Haha. 10 Karma. Jetzt habe ich gleich 120 Karma. Oder wie? Wow. Das war knapp. Hat er sich selbst in die Luft gejagt oder so? Na? Hat er sich selbst in die Luft gejagt? Auf jeden Fall habe ich... Habe ich gewonnen. Das ist ein guter Einstieg. Ja, es kommt die zweite Runde. Ich werde mich immer weiter verbessern. Verbessern, verbessern, verbessern. Wir sehen uns gleich wieder. So, und damit willkommen zu der zweiten Runde. Diesmal auf dem Cargo-Chef. Und in welche Richtung laufen wir? Ich wage mich zu erinnern... Ach, da hinten hätte man in den Keller gehen können. Ah, da wäre ich mal direkt da hingelaufen. Aber gut. Dann laufen wir halt jetzt erstmal hier... hin. Geht's hier noch weiter runter? Wo sind die Kisten? Aha. Hier oben sind schon welche. Scheiße, 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 sche... Oh. Aber gut, hier war vielleicht nach oben noch keiner. Nein! Ja, ich brauche alles. Ja, alles. Bitte, 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 bitte. Ach so, das ist jetzt der Simon Desue. Hier sind auch keine Kisten mehr, Leute. Oh, ein Bogen. Ein Bogen. Pfeile brauche ich bitte. Pfeile, 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 Pfeile. Pfeile. Äh, 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 wie nennt man das? Auf der Brücke. Auf der Brücke. Haha. Den haben hier Schiffskenntnisse. Maritim, ja? Wohnen sie auch an der Kiste. Oh, ja. Gut, ich habe jetzt einen Pfeil, äh, einen Bogen ohne Pfeile. Wow. Ja, bitte, 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 bitte. Hi, hi, hi. Ja, schönen guten Tag. Was bin ich? Du bist Schwaiter. Bin Schwaiter. Fuck. Wie komme ich jetzt am schnellsten weg? Okay, okay. 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 Ich laufe weg. Oh, runter. Runter, runter. Okay, ich laufe weg. Ich laufe weg. Ich laufe einfach weg. Weg vom Dingestens. Äh, weg vom... Ich muss ja jetzt irgendwie ein bisschen hochgehen. Fuck. Weil die werden gleich sagen, test. Test or die werden die sagen. Ich werde sagen, fickt euch alle. Ja, ein bisschen. Na, okay. Das ist jetzt also schon die ganz harte Erfahrung, Traitor zu sein. Okay, das ist kein Traitor. Ich muss meine Traitor-Kollegen finden, Mann. Ich muss meine scheiß Traitor-Kollegen finden. Wo seid ihr? Scheiße. Down ist doch einer, oder? War das ein roter Name? Ist das die mit Shader so schlecht einschätzen? Wow. Oh. Aha. Hello. Sachen, 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 Sachen. Pfeile, sehr gut. Immerhin schon mal ein Pfeile. Und ein Holzschwert. Gut, gehen wir mal hier runter. Sind die lieb hier? Ja. Hahaha. Da sind wir alle zusammen. Der Weihnachtsmann, der Böse. Der hier. Okay. Da oben. Ich habe nichts mit dem hier zu tun. Ich bin ganz lieb, Leute. Ich bin ganz lieb. Ganz, 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 ganz lieb. Keine Sorge. Noch ein Schwert. Aber ich glaube auch nur so ein Holzschwert. Wow. Der ist ja böse. Äh, lieb. Also für uns böse. Nicht auf unserer Seite. At least. Na, da hinten kommt da einer, oder? Na, der springt nur auf den Dach. Oh, Creeper-Eier. Super. Mein erstes Creeper-Eier. Mein erstes Creeper-Eier. Thank you. Danke. Äh, äh. Wah. Ach so, der ist lieb. Also für uns lebt. Bisschen ungewohnt alles mit den roten Namen hier. Aber ich, ich komme da schon durch. Ah, ich muss das hier mal ein bisschen umlegen. Na. So. Das Schwert direkt dahin. So. Okay. Rainbow Fight ist auf dem Server. Echt? Rainbow Fight? Sehe ich das? Ja, Rainbow Fight ist sogar drauf. Wooo. Gut, denn Dach. Liebe. So. Ja, der ist auch Traitor. Der hat mich ja schon in der letzten Runde beschützt, oder? Ich glaube. Ich meine, den Namen zu erinnern. Der hier. Der ist lieb. Okay. 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 Okay, ich gehe hier weg. Und die wundern sich im Chat, wer sich Simon Desu-Accounts kauft. Ha. Der Dehner. Ne, der nennt sich einfach um. So. Jetzt bloß weg hier vom Ganzen. Ich glaube, ich gehe einfach mal ein bisschen nach oben. Boah, das wird voll die erfolgreiche Runde, ohne dass ich großartig was mache. Dann werde ich gewinnen, werde ich gewinnen. Schön wird es, schön wird es. Der hier. Ha. Scheiße, Sinn. Nein. Ich habe den Creeper, habe ich gekillt. Oder ich habe meinen eigenen Creeper abgeschossen, weil ich nicht damit... Ah. Creeper läuft auf mich. Ich habe den Creeper für mich selbst, habe ich den auf mich böse gemacht. Was für ein Fail, ey. Wo ist der jetzt eigentlich, dass mich jetzt mein eigener Creeper killt, ey. Was für ein Mega-Fail. Wow, wer schlägt her? Ich muss meine Traitor schützen. Oder? Wir bleiben hier ganz arg zusammen. Ja, ja, ja. Da unten ist einer. Rambo Fight. Da unten ist der. Da. Siehste, der ist sogar auf meinen Teamkollegen jetzt gerade gegangen, oder? Kann das sein? Das ist ja irgendwie arg merkwürdig. Oder gehen die Creeper trotzdem auf jeden? Ich dachte, die gehen immer nur auf Innocent. Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Da, den können wir doch killen, oder nicht? Oder sehe nur ich den? Ne, der ist anscheinend weg. Der ist anscheinend weg. Na. Da vorne, da vorne ist doch einer. Na. Komm. Oh, scheiße. Die wissen doch, wie böse sind. Ich bin lieb, bin lieb, bin lieb. Na. Oder holen wir uns die trotzdem irgendwie. Wie viele leben denn noch? Nicht mehr viele, habe ich das Gefühl. Da. Okay. Immer ein bisschen Abstand da. Der ist doch böse. Hier. Da. Jawohl. Gekillt haben wir einen. Gut, ich nicht, aber ihr habt zumindest mitgeholfen. Auch ein Erfolg. So. So. Wow. Creeper. Gewonnen. Und ich hätte sogar noch ein paar Creeper-Eier. Yeah, 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 yeah. Yo. Trey has that won. Und wir haben 10 Karma bekommen. Also bin ich jetzt schon auf 120 wieder. Na. Immerhin. Immerhin. Komm, ich hänge hier noch eine Runde an. Ja. Das war hier jetzt mal. Mag sein, dass es ein bisschen länger wird hier die Folge. Aber Wayne, weil jetzt. Habe ich jetzt nicht Bock jetzt. Ah, die Runde war gut. Es kommt noch eine gute hinten dran. So. So. Und da sind wir auf der nächsten Map hier auf Forge. Scheiße. Wie kommen wir denn jetzt hier irgendwie zu was Gutem hin? Wie kommen wir denn jetzt am besten noch zu was Gutem hin? Da. Da drin ist irgendwie eine gute Kiste, meinte. Meinte. Oha. Nicht sterben. Nicht sterben. Meinte Simon, als wir das letztes Mal gespielt haben. Also nicht Simon, der ich selber ja bin. Sondern von uns wäre der Simon. Und jetzt. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Runde schon diese Map gespielt. Aber da. Oder haben wir? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Sachen finden müssen. Und dass wir im Moment ganz schlecht dabei sind. Weil wir hier nichts haben. Null Nuffinient. Aber wir bekommen doch keinen Fallschaden, oder? Ja, weil wir bekommen keinen Fallschaden. Zumindest nicht beim Warm-Up. Wow. Das heißt, wir springen ja mal ganz gekonnt runter. Oh. Der hat ein Steinschwert gefunden. Ich brauche Kästen. Da oben ist vielleicht noch was. Ich brauche noch. Oh, jetzt ist im Chat plötzlich alles Simon. Okay, jetzt wieder dener. Das ist erstaunlich. Als ob er das ist, ja. Eben. So, jetzt gehen wir. Was? Bin schon wieder Traitor. Schon wieder habe ich keine Sachen. Das ist ja immer richtig Fail. Aber gut. Keine Sachen. Aber vielleicht haben die Traitor Sachen für mich. Ich muss auf jeden Fall meine Traitor finden. Ja. Der Tharibu ist auch schon wieder Traitor. Das ist ja so, als ob ich Traitor-Pässe benutze. Obwohl ich ja keine Traitor-Pässe habe. Ich besitze noch gar keine Traitor-Pässe. Vielleicht soll ich mir mal welche anschaffen. Ich weiß nicht. Wollt ihr, dass ich mir Traitor-Pässe kaufe? Wollt ihr das? Ich weiß gar nicht, wie teuer das alles ist. Muss ich mir mal anschauen. Aber eigentlich hätte ich Bock, meine Traitor-Pässe zu haben. Für den, äh, für den Dinnertrk. Nicht für Simon Dessel, sondern für D-N-R-D-R-K. Den Dinnertrk. Ich springe jetzt da hin? Oder falle ich dann in die Lava und dann bin ich dann tot. Das ist mir irgendwie zu riskant. Ja, eben, das ist richtig schwer, da hinzukommen. Das will ich jetzt nicht machen. Aber ein Innozent wurde schon getötet. Döner, wo bist du? Mach Tee und dann schreiben. Ach so, dass es gibt einen Traitor-Chat. Ähm, bei der Lava. Scheiße. Tee. Lava. Haha, T, T, haha Oh man, ist das witzig, ey Man, wow Jetzt bekommt man schon Fallschaden anscheinend Wow, ey, voll Ich darf nicht sterben Kann ich hier irgendwie so hochkommen, sondern über die Seite, ich glaub auch nicht Ich glaub, ich bin richtig kacke am Arsch of the Welt oder sowas Bin richtig, richtig abge... Da, das sind ja XP, oder? Wir sind da XP Da drüber sind die Ein Zombie macht Geräusche Okay, ich bin hier unten Aber wie komm ich jetzt hoch? Wie komm ich jetzt hoch, so ganz alleine? Ganz alleine komm ich hier hoch Na, wow, Traitor Ich brauch Sachen, 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 Sachen Äh, T Warte, ich hab gar nichts Ich hab gar nichts, Mann Ich hab nichts, ah Haha, vielleicht hier Danke Wow So, ich bin Traitor Traitor Ich mag es, Traitor zu sein Ähm Danke trotzdem Danke trotzdem Danke, 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 danke Doch, trotzdem Death Haribo Ach, da vorne können wir hoch Da vorne können wir hoch Bitte, danke Death Haribos Death, nee, Darth Haribo Ich sag immer Death Darth Haribo, 99 Yo, yo, yo Haribo, mach den da vor Und den Dessler ebenso Nein, wir gehen jetzt hier hoch Bin ja mit nem Eisenschwerte Richtig overpower Damit kann ich gar nicht umgehen Möge die Macht mit mir sein Wie viel Leben überhaupt noch? Die Hälfte hat sich schon selbst gekillt Bevor ich überhaupt da war Nehme hier die ganze Arbeit ab Sehr schön Kommt das alles in die Aufnahme? Ja Ha, 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 ha So Hoch Geht's Okay Da vorne ist ja jemand Oh, das sind Grüne Es sind Grüne Hallo, ich bin lieb Ich hab nicht mal ein Schwert Ich habe nicht mal ein Schwert Ich habe nicht mal Boah, hast du viele Pfeile, Mann Kannst du, dass du noch leben kannst Wow Haha You got an arrow in the knee Woo Wir sind lieb Lieb, 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 lieb Innocent Die wollen, dass wir testen Scheiße, Mann Aber der ist grün Fuck Wie machen die denn das jetzt? Schafft ihr das? Komm, test Komm, test doch noch Der ist blau Das ist Detective Und der ist auch rot Ja, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, Mann Das ist echt ein bisschen blöd Ich geh jetzt weg Testdauer da Ja, wenn Defter jetzt Stirbt das ja selbst schon Wieso geht der dann da hoch? Mann, ich dachte, ich bin hier jetzt nicht so Der kommt, 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 der kommt Ah Ich werde ihn töten Ich werde ihn nicht töten, weil ich so schlecht bin Ich werde so schlecht Ich will Ja Wir haben ihn getötet Schnell weg Weg, 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 weg Hahaha Wir haben ihn getötet Man, das ist mein erster Kill heute Ich weiß es nicht Ich glaube schon Hahaha Er hat mir vertraut und ich habe das Vertrauen misstraucht Naja, Leute Da kommt einer Und der ist grün Na, kommst du her gelaufen? Scheiße, ey Wenn die zu zweit kommen, habe ich ein großes Problem Dena, wo bist du? Ich kann jetzt nicht Schiff loslassen Dann sehen die, wo ich bin Ich glaube, der kommt alleine Auf welche Seite kommt der? Ich muss hinter ihn kommen Ich glaube hier Fuck, ey Jetzt komme ich von hinten an Fuck, runter, runter Mit dir runter, 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 runter Fuck, es will sterben Ja Hahaha Weg, 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 weg Ich habe sogar zwei Traitor-Punkte bekommen Scheiße Irgendwie war hier im Boden Verpackt noch einer Aber ich war mir nicht sicher All Traitors have won Haha Und ich habe sogar selbst zwei gekillt Aber wenn das nicht mal Wenn das nicht mal ein guter Einstand für die erste Folge war Das darauf kann ich bei der zweiten Folge Oder ist es bei der zweiten Folge Bei der nächsten Folge Ist das schon die, weiß ich nicht Die siebte Folge dann schon? Ich weiß es nicht Aber darauf kann ich aufbauen Ja, ab jetzt ist der Diener Jetzt wird er, wird er, wird er Trouble in mind with skill Steigt stetig Am besten mit Traitor-Pässen Am besten mit Traitor-Pässen Ja, die sollte ich mir vielleicht mal kaufen Ne Das werde ich tun Vielen Dank fürs Zuschauen Hau da rein Bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao